Hey! Zählt mal bitte, wie oft ... Frankina? ... in diesem Video ... Was? ... sagt. Und lasst es mich in den Kommentaren wissen. Die Person, die dies richtig errät, kriegt in einem der folgenden Videos einen Shoutout. Also, kommentiert. Herzlich willkommen bei ihr Boas Vlogs, ich bin heute hier mit ... Frankina? Und wir machen nach langer Zeit mal wieder eine Challenge. Und zwar sitzt Emanuel hinter der Kamera und er wird uns Wörter umgedreht vorlesen. Und wir müssen auf die Wörter kommen. Und der, der die wenigsten Punkte hat, muss am Ende eine ganze Zitrone noch vor der Kamera essen. Das ist echt kein Problem. Echt? Scheiße. Das ist ein Problem. Hahaha Das erste Wort ist ... Ey! So schnell? Ey, du hast voll überlegt, da ich so ... Ich auch. Warte, ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Was? Ort. 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 Was? Ort? Sind das zwei Wörter oder ein Wort? Kee ... ... Keehle. Ort. Keehle. Lecker. Elektro. Was? Elektro. Was? Elektro? Ja. Was hab ich gesagt? Lecker? Elektro. Niemann. Rebara. Was? Rebaman. Rebara. 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 Rebara? Ich konnte nicht wirklich dachten. Rebara. 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 Ja. Rebara. Ara ... Barabella? Hm? Rebara. Ara ... Arabisch. Arabisch. Aerobisch. Rebara. Rebara. Ara. Leute. Ja, genau. Rebara. Rebara. Ja. Ara. Araba. Der richten die alles richtig. Araba. Araba. Gott, der richtig ist. Boah. Fuck, das geht nicht. Der letzte Platz will ich schon mal nicht. Ist das ein Punkt, oder was? Ja. Nein? Noch ein Punkt. Wo ist dieser Timer dann? Nein, danke. Timer heißt, bis zum Timer musst du das sagen. Das stimmt. Zwei, null, null. Amor. Amor. Rum. Rumme. Rumma. Richtig. Was? Rumma. Rumma? Amor. Rumma. Okay. Ich kann nicht mehr nehmen. Hä, warte mal. Wait, wait. Amor. Let's fasten our seatbelts that they are from the back. Okay. Oh, my God. Arbog. Arbog. Cobra. Cobra. Ja. Was? Wow. Von einem belgischen Hammer und Shane. Du musst Shane, du machst auch die ersten beiden Dings. Ich hab diesmal nicht laut gedacht, weil ... Denkler ist von einem anderen. Hä? Ey, wait. Zwei, zwei, null. Lajem. Was? Lajem. Lajem. La ... L-A. Ja. Lajem. 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 E-me-reck. E-me-reck. Creme? Ja. Was? R-reck. 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 Ich kann ja nicht ... Im-reck. Doch! Das ist ... Guck mal. Im-reck. Ja, das ist ... R-reck ist aber nicht Creme. Rückwärts. Doch. Doch. Nein, gerade die Buchstaben vertauscht gerade. Hä? Nein. Im-reck. Ja, im-reck. Ja, C ist aber zum Schluss. Ja, und wo ist das E? R-reck. E-me-reck. Ja. Ja, und wo ist das R? Oh, du hast das R und das E vertauscht, ja. Du hast das R und das E vertauscht. Ey, das Spiel, gell. Das kann spielen. Das kann spielen. Checkst du jetzt? Well, I got it still. Nein, es zählt nicht. Doch, es ist zählt. Wenn es nicht zählt, sind es zu wenige Wörter. Dann ... Lass dir noch ... Nein, nein, es zählt, es ist unfair, es zählt. Wieso ist es unfair? Ja. Aber Cobra war genau Scheiße. Nein, Cobra hat so ausgesprochen. Guck mal, Leute, das ist ein schlechter Verlierer. Das ist ein bisschen Verlierer, Sam. Er hat das Faltbuchstabe. Aber ich hab's doch gecheckt, was das ist. Aber es ist doch trotzdem falsch. Wie viele Wörter sind es noch? Zwei. Bis jetzt. Let's continue. It. Teck. Was? E. Teck. E. Kette. E-Tek. Was? E-Tek. Wieso ziehst du aber? Ist E? Ich muss doppelt E? Ich muss das so ausgleichen. Nein, das muss ... E-Tek. Jetzt noch mal soll ihr recht, gell? Geht mal nach Hause. Nein, nein, nein. E-Tek. Ey, warte, warte, warte. Slow it down, Cheva. Gleiches. E-V-I-T-A-L-S-I-G-E-L. Ah? Siegel. E-V-I-T-A-L-S-I-G-E-L. Siegel. 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 Le ... Was? Siegel. Die G-V-I-T-A-L-S-I-S-I-G-E-L-S-I-E-L-S-I-L-E. Okay. Der Satz ist ... Legislative. Was? Legislative. Weißt du, wann was Legislative ist? Ja, es gibt ... Ja, ich will, dass die ... Weißt du, wann was Legislative ist? Ja, das hat was mit Politik zu tun. Ja. Und zwar? Ich hab keine Ahnung. Legislative ist die gesetzgebende Kraft, oder? Kriegt den Punkt jetzt? Nein. Nein. Da muss halt den Erd raus. Cheers! Wir haben Franklina verloren hat und wir wollen es hier nicht antun. We are gentlemen. I'm not sure we're cooking up in here. Hast du schon reingebissen? Auf drei. Auf drei. Ja, wir machen cheers. Cheers! Los! Eure Ernst? Das ist echt ekelwisch. Das ist wirklich ekelwisch, ne? Das ist echt ekelwisch. Ich hab's gegessen. Ich hab's gegessen. Ich hab's gegessen. Das ist so viel. Uh! Das denkst du gegessen, Kuccio? Hä? Ja. Das ist doch nicht gegessen. Doch, nein. Schau mal meins an. Das ist nicht gegessen. Kein Wunder, das ist ... Das ist nicht gegessen. Wir schauen locker mit zwei. Das ist nicht gegessen. Leute, wir sind am Ende vom Video, welches Video gefeiert hat. Daumen nach oben. Sag uns, welche Bestrafung Franklin er machen soll. Ähm ... Aber das ist nicht gegessen. Kommentiert unten und sagt uns, ob ihr mehr Channels sehen wollt und was ihr alles noch auf dem Channel sehen wollt. Hier ist noch ein Video von Schluppat. Schaut auf Ihrem Kanal vorbei, ein altes Video von mir. Abonniert mich und wir sehen uns im nächsten Video. Cheers!